wie sieht es denn eigentlich mal aus hier ist das überhaupt noch am leben das projekt ja ja bla bla was haben wir denn hier mein und noch mein patience ist die keyword ja super klasse und wie sieht es aus mal ein bisschen auf youtube gucken was da noch so los ist ja zwei minuten 14 coming storm dcs eurofighter announcement trailer oder was und dann arbeiten die jungs von true grit auch noch mit hitler simulations in zusammen in einer partnerschaft ich bin überwältigt also ihr wisst was das heißt eurofighter kommt denitiv und hier mal noch ein paar kleine ausschnitte aus dem trailer klickt auf alle fälle auf den link guckt euch den kompletten trailer an viel spaß abfahrt